Ja! So, mal auf die Karte gucken. Nee, ist das die Kirche? Nee. Da sind wir doch durch, Mensch. Stimmt. Wir müssen jetzt vorpreschen bis zum Flak-Turm. Von da aus müssen wir... Hm. Da unten sind wir. Das wird schwierig. Mhm. Das wird nicht einfach. Bewaffnung. Also auf jeden Fall bleibe ich bei der 1911. Die Thompson bleibe ich. Und das Gewehr... Ich halte mal die Mosin, ne? Hm. Vorher. Oder erwarte ich die Springfield. Ich bleibe die Gewehr 43. Ich auch. Hat die höchste Zoom-Stufe. Ja. Okay. Okay. Oh, da steht schon einer da vorne. Das geht schon los, weißt du, geht schon los. Komm mal aus oder aus? Das Ding ist raus. Vor dir ist einer direkt. Ja, ich hab die gesehen. Da sind mehrere. Ja, wir müssen uns hier aber holen, da bringt ja alles nichts. Russen. Wir müssen da rein, da bringt das. Kannst du die markieren? Schlecht. Der Moment ist so ein bisschen schwierig. Einen hab ich markiert? Ich hab zwei markiert. Pass auf, der kommt jetzt. Sie sieht sich. Einen hast du? Ich hatte ja zwei markiert, ne? Hm. Und dann looted sie sofort. Ja, den hab ich auch kaputt gemacht. Du hast den anderen. Geht zu deinem. Geht zu deinem. Okay. Sollen wir nochmal in dem anderen gucken, wo wir hergekommen sind? Hey, lauf! Lauf! Ja, da ist aber nichts. Hier noch ein Waffen voller Gold liegt. Woher schnappt eigentlich die Gegend. Trampeln auf wie ein Elefant dahin. Komm, sie mal. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass auch den Waffen kein Schalldämpfer drauf ist. Hm. Was ja für ein Sniper eigentlich ein Ding ist, was man gar nicht geht, ne? Hm. Naja, egal. Moment, sie dürfen eins nicht vergessen. Hm. Ein Schalldämpfer ist auch irgendwo eine Mündungsbremse. Das heißt, die Wucht der Kugel oder des Geschosses wird dadurch vermindert. Auch wenn es leiser ist. Dementsprechend hat es nicht die stärkste Kraft. Ja. Was ist denn das für ein Wetter, sag mal? Ja, weiß ich nicht. Es schüttelt hier aus Strömen Regen dann. Aus Strömen Regen dann. Die Wehrmacht. Oh mein. Schützer, der ist Vaterland. Der Vaterland? Flackwaffe. Oh mein. Stürk? Hä? Wie kann er mich... Hallo? Die geht da hin? Äh, war euch gefallen? Wir müssen uns die Typen mal holen. Ja, die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Herr Goethe? Herr Goethe? Guck mal lieber auf hier irgendwo. Warte mal hier draußen. Geht auch mal ab. Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Die Wohnung gesehen. Draußen ist was. Das ist nicht schön. Aua. Hier ist Moni. Die? Die? Madrid Schirurba, was? Die. Die? Wir müssen vielleicht einmal hier... BAM!!! So! Da ist Ruhe im Stuhl. Leary ist voll im Wahnsinn. Wo ist denn der Hoxn hier lang geschickt? Hier wo ich hingehöre. ja du brauchst mich nicht finden ich finde dich wo kommt das denn hier auch da unten wir müssen wissen ja auch nicht gefährlich beim schnellschuss nur treffen sie nichts zu sagen doch 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 hier ist eine korn drin ziemlich grobes korn muss ich sagen oh ja eine mühle hier ist eine rote lampe aber gerne meine thompson wieder haben das tut die lampen ob er die leuchtet rot warum rennen sie denn schon wieder vorwärts los ich renne doch gar nicht neben ihnen sie nahe sie also ehrlich ich steh hinter ihnen wer hätte jetzt hier vor hallo ich geh mal runter oder hier ist nichts mehr nicht auch kein kein gold warren eine flasche auch keine flasche hier ist eine weinkellerei ist garantiert keine weinkellerei und keine brenner ist einfach nur eine getreide mit 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 fässern ist klar da gibt es getreide in fässern da wird mir ein gegner angezeigt straight away ich war etwas vor nicht vorsichtig man kann auch nicht in der offenen führmütig ein da ist aber noch einer da gehe ich jetzt runter wie wird sie da der ist tot bist du unten hier da sind ja ich werde da schneller looten denn die diri da ist da vorne ist aber muni deswegen bin ich ja nicht so sehr nett danke weiß dass zu schätzen das glaube ich nicht ich kann mir das nicht vorstellen dass sie überhaupt was zu schätzen wissen sie sind ein kleines arschloch was ist das für worte hier im einsatz hallo ja ja arschloch also arschloch auf der tür zu er auch noch auf der tür zu können sich vorstellen hier ist nichts los in ferien da guck mal wer looted hier wehen Let's go. Lachen Sie! Bam! 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 Boah, scheiße, Miri! Mann, schieß doch auf das Maschinengebringer! Mach ich! Mach ich! Mach ich! BAM! 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 Schnellschuss, Miri, ist wieder am Werk! BAM! 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 Ich bin schon mal weiter, ja Vorsicht, die sind da Das war eine Waffe Ich seh den nicht, da oben Komm mal hier rüber Der rennt da BAM Hier ist ein Scharfschütze, Miri Ja, ich hab den hier schon Der bewegt sich Meintest du den? Komm, jetzt hol mich Ja War kein Scharfschütze, das war einer mit einem Gefechtssinn Geschichtskopf, ne? Wer schieß denn das? Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey Das kann doch nicht wahr sein Jetzt mach ich aber ne Stolperfalle gegen mich, das reicht mir dann aber Kommen wir alle hier hoch und runter und überhaupt Warte, ich mach mal ne Stolperfalle So, warte mal Zack Zack So Kann man hier die Britte abschießen? Ne Ich werde gesehen Warte mal Ich habe gesehen, dass du sie nach oben in der Э Tja Es ist nichts Tja Die Ich werde also nach oben Entfernung wir müssen aber jetzt da irgendwie hinkommen und rausspielen ist wohl hier nicht also runter ich die wieder aufnehmen die stolper falle was auch das ist nicht so was meine thompson ist leer ich habe keine muli für die thompson haben wir wieder mit den flaschen war muss man irgendwo abschießen nein die musst du einsammeln ja aber ich habe hier noch keine einzige gesehen also muss sie ja irgendwo versteckt sein oder so du bist noch an keinen spiegel vorbeigekommen oder eine flasche sehen ich höre irgendwo oben ist ein bunker immer hier links lang du musst doch mal oben offen die das habe ich jetzt schon für 10 mal gehört Es fehlen noch, ich werde nicht gewöhnen. Bäm, Schnellschuss in die Ringe am Berg. Alter, hast du mal deinen Kopf von sich verloren lassen? Aber plötzlich hat er gar keinen Kopf mehr. Oh, das war zu weit. Bist du das hier mit dem Punkt? Oder müssen wir den erschießen oder müssen wir mit dem reden? Das ist ein LKW, den musst du kaputt machen. Bist du das? Okay, darf ich ihn kaputt machen? Jetzt machen wir den LKW kaputt. Ja, das war wohl nichts, ne? Weg da, weg da! Wir müssen nach oben rein! Guck mal, wie das Chaos sieht, ne? Er ist ja irre hier! Hör ich das mal an, ey! Da, überall, die Geschossen. Gucken Sie mal, die Flugzeuge da oben! Voll der Angriff hier, der Engländer. Kann das sein? Egal, wir müssen jetzt hier rein! Komm so hin! Egal, wir müssen jetzt hier rein! Ich hab mir Gänsehaut, ja! Ich muss immer auf die Warten! Immer! Ich bin doch da! Ich muss immer auf die Warten! Ich muss ihn immer wieder beleben! Ja, das macht ja nichts! Immer! Dafür sind sie doch da! Gehen sie rechts hoch, dann geh ich links hoch! Kann man die Tür nicht aufschießen von unten? Oh, da gibt's Gasmasken und jede Menge Zeugs! Kannst du bitte mal... Jaaa! Das ist ja nett, vielen Dank! Dankeschön! Oh, ganz wichtig! Glaubst du ja nicht, ey! Ja, aber so kommen die zu uns! Wir brauchen nichts zu denen! Ist doch auch gut, oder? Schön! Ich weiß, ich fand das jetzt nicht! Komm, du darfst auch mal was machen! Komm, du darfst auch mal was machen! Hier ist eine Mondkiste! Mhm! Da ist Ausgang! Hier müssen wir hoch wahrscheinlich! Ausgang ist eh zu! Der Eingang ist eh zu! Der Eingang ist eh zu! Und wie es weiter geht, Leute! Jaaa! Dann sehen wir nachher! Bis dahin erstmal! Ciao! Tschüss! Tschüss!